Textbuch, Ein Kurs in Wundern, Kreuthofer Laag, Kapitel 24, Das Ziel der Besonderheit, Nummer 4, Besonderheit und Sündenlosigkeit, Seite 509 bis 511. Besonderheit ist ein Mangel an Vertrauen in irgendjemand anderen als dich. Glaube wird in dich allein investiert. Alles andere wird zu deinem Feind, der gefürchtet wird und angegriffen, der tödlich und gefährlich ist, gehasst und nur der Zerstörung würdig. Ganz gleich, welche Sanftheit sie anbietet, sie ist nur Täuschung. Ihr Hass jedoch ist wirklich. Da sie Gefahr läuft, zerstört zu werden, muss sie töten. Und du wirst zu ihr hingezogen, um sie zuerst zu töten. Und der Gestalt ist die Anziehungskraft der Schuld. Hier wird der Tod als Erlöser auf den Thron gesetzt. Die Kreuzigung ist jetzt das Heil und Erlösung kann nur die Zerstörung der Welt bedeuten, mit Ausnahme von dir. Was anderes als Besonderheit könnte der Zweck des Körpers sein? Gerade das macht ihn gebrechlich und hilflos in seiner eigenen Verteidigung. Er wurde erdacht, um dich hilflos und gebrechlich zu machen. Das Ziel der Trennung ist sein Fluch. Körper aber haben kein Ziel. Ein Ziel gehört zum Geist. Und ein Geist kann sich nach Wunsch verändern. Das, was er ist, und alle seine Eigenschaften, das kann er nicht verändern. Doch was er als Sinn und Zweck hat, das kann er verändern. Und dementsprechend müssen die Zustände des Körpers wechseln. Von sich aus kann der Körper nichts tun. Sieh ihn als Mittel, zu verletzen, und er ist verletzt. Sieh ihn als Mittel, um zu heilen, und er ist geheilt. Du kannst nur dich selbst verletzen. Das wurde oftmals wiederholt, ist jedoch immer noch schwer zu begreifen. Für einen auf Besonderheit bedachten Geist ist es unmöglich. Für diejenigen aber, die heilen und nicht angreifen wollen, ist es ganz offensichtlich. Der Zweck des Angriffs liegt im Geist. Und seine Wirkungen werden nur da verspürt, wo er ist. Auch ist der Geist nicht begrenzt. Und deshalb ist es unausweichlich so, dass ein schädlicher Zweck den Geist als Eins verletzt. Nichts könnte für die Besonderheit weniger Sinn ergeben. Nichts könnte für Wunder sinnvoller sein. Denn Wunder sind nur eine Änderung des Zweckes, vom Verletzen weg zum Heilen. Dieser Wechsel des Zieles gefährdet die Besonderheit tatsächlich, doch nur in dem Sinn, als alle Illusionen von der Wahrheit bedroht werden. Sie werden vor ihr keinen Bestand haben. Doch welcher Trost war je in ihnen, dass du die Gabe, die dein Vater erbittet, ihm vorenthalten und sie stattdessen dort geben möchtest? Gibst du sie ihm, so ist das Universum dein. Bittest du sie ihnen an, so können keine Gaben zurückgegeben werden. Das, was du der Besonderheit gegeben hast, hat dich bankrott, sowie dein Schatzhaus öd und leer zurückgelassen. Mit einer offenen Tür, die alles, was deinen Frieden stört, einlädt, einzutreten und Zerstörung anzurichten. Ich sagte schon zuvor, dass du die Mittel zur Erlangung der Erlösung nicht erwägen sollst, noch wie sie zu erreichen ist. Bedenke aber und bedenke wohl, ob es dein Wunsch ist, dass du deinen Bruder sündenlos sehen mögest. Für die Besonderheit muss die Antwort Nein sein. Ein sündenloser Bruder ist ihr Feind, während die Sünde, wenn sie möglich wäre, ihr Freund sein würde. Die Sünde deines Bruders würde sich selbst rechtfertigen und ihr eine Bedeutung geben, die die Wahrheit leugnet. Alles, was wirklich ist, verkündet seine Sündenlosigkeit. Alles, was falsch ist, verkündet, seine Sünden seien wirklich. Wenn er sündig ist, ist deine Wirklichkeit nicht wirklich, sondern nur ein Traum von Besonderheit, der einen Augenblick lang währt und dann zu Staub zerfällt. Verteidige diesen sinnlosen Traum nicht, indem Gott dessen, was er liebt, beraubt ist und du jenseits der Erlösung bleibst. Nur das steht fest in dieser wechselhaften Welt, die in Wirklichkeit keine Bedeutung hat. Wenn der Frieden nicht ganz bei dir ist und wenn du irgendeine Art von Schmerz verspürst, dann hast du irgendeine Sünde in deinem Bruder erblickt und über das vorlockt, wovon du dachtest, dass es dort sei. Deine Besonderheit schien aufgrund dessen sicher. So hast du das gerettet, was du zu deinem Erlöser ernanntest und den gekreuzigt, den dir Gott stattdessen gab. So bist du denn mit ihm gebunden, denn ihr seid eins und daher ist Besonderheit sein Feind und deiner ebenso. So bist du denn mit ihm gebunden,